Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf Griefer Games, hier zum Weihnachts-Sale. Okay, Spaß, fast hätte ich euch bekommen. Also ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht. Jo, ihr Lieben, tschüss, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wundervollen Kanal, Leute. Und ihr fragt euch nur, wie wir diese Chalange auf einen wundervollen Server vollbringen werden. Und ich kann ihn euch zeigen. Und zwar ein Server, der seit langer Zeit in Vergessenheit geraten ist. Durch ein Spiel wieder in den Hype gekommen ist. Und zwar, der bekannteste Minecraft-Server aller Zeiten. Er sprengt ja alle Spielerzahlen in allen Rekorden. HyPixel. Ja, ich weiß, die Meinungen über HyPixel werden gespalten sein. Aber HyPixel hat immer so ein cooles SkyWars mit so Lucky Blocks und das alles. Und ich dachte mir, ich probiere das heute mal aus, weil immer auf GOMM ist irgendwie langweilig. Und auf HyPixel kann man TNT-Boost machen, das weiß ich. Sie haben nicht das Anti-Cheat von GOMM. So, was nehmen wir hier? Duels in der Zweierrunden. Was ist das hier? Hunters vs. Beast, Mega-Doubles und was sind das hier? Rank, Doubles und so. Wir machen mal ganz entspannt so zum Warmen, wäre eine normale Solo-Runde. Ich habe hier auch schon das ein oder andere Mal auf HyPixel gespielt, ja? Nö. Zeitpunkt, wo dieses Video online kommen sollte, bei euch eigentlich die Schule auch wieder anfangen, Leute. Ihr wisst, was es bedeutet. Das heißt, nur noch jeden zweiten Tag ein Video. Das heißt, die Videos werden nicht mehr in so hoher Anzahl kommen. Aber dafür bleiben sie immer noch qualitativ stabil. Oh, da vorne ist einer. Wenn wir den direkt bekommen, dann haben wir... Chill, 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 Bruder. Entspann dich. Entspann. Alter, Leute, da bin ich mal weg. Yo, da ist ja noch einer. Surprise, motherfucker. Okay. Spielen wir mal Ranked. Hier schwitzen noch Safety Leute, oder? Hä? You need it at last, Highpixel level 25 to play this shit. Okay, dann halt kein Ranked. Was gibt es denn hier noch? Äh... Hunters vs. Beast. I want to play solo. Rush oder Hunter vs. Beast. Probieren wir mal beides aus. Hier, Rush als erstes Mal. Wisst ihr, was richtig cool auf Highpixel ist? Ich zeige euch das gleich mit der Enderperle, Alter. Das ist so nice. Guckt, das hier ist es praktisch. Wir kriegen hier die Erschwerter und die Enderperlen. Ich zeige euch gleich den Sinn von diesem ultrageilen Spielmodi. Leute, wir sind sogar full eye von Anfang an. What the heck? Yo, wo kommt die denn hier? Achso. Gibt euch das, Leute. Ich habe einen Joint gebaut. Aus etwas Taschentuchähnlichen und einem Feuerzeug drin. Boah, ist das cool. Oh shit. Oh, ich bin gespawnt. Das war, Leute. Pass auf, pass auf, pass auf. Man reitet praktisch auf der Enderperle. Ui. Im Prinzip fliegst du einfach die ganze Zeit. Gibt euch das mal. Das heißt im Prinzip. Man landet hier irgendwie da unten. Oh shit. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Boah. That escalated quickly. Egal, jetzt können wir den letzten Modus auch noch ausprobieren. So. Hunters vs. Biest. Okay. Was macht man hier? Achso. Es gibt praktisch zwei Teams. Ich bin ein Hunter und dann kämpfen wir gegen die Biest. Wir Hunter sind mehr. Aber die Biest sind anscheinend stärker als wir. Was ist das da vorne? Was ist da jetzt das Ziel? Das wir jetzt als Team praktisch den umbringen. Wir versuchen es nochmal. Ne. So Leute. Aber ich weiß natürlich was ihr alle sehen wollt. Und zwar eine legendäre TNT-Boost. Ich guck mal ob es zustande kommt. Aber das geht nur in der Runde Rush. Aber falls es soweit ist Leute. Dann ist es Zeit für den Legends Never Die Moment. Und Leute. Ab geht's. Zünden wir die Scheiße. Bevor mich irgendjemand wieder unterbricht. Alter. Ab geht die Post. Komm. Wuuu. Alter. Digger. Digger. Wuuu. Alter. MLG Water. Oh mein Gott. Bin ich ein Profi. Jetzt renne die los. Digger. Renne die los. Renne die Scheiße hier. Wuuu. Digger. 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 Wuuu. Ey. Ich spiel nie wieder. Auf diesen scheiß Server. Aber wir haben den MLG geschafft. Bitte Highpixel führt sowas wie den MLG Modus ein. Ich spiel nie wieder auf diesen scheiß Server Leute. Ich hab original jetzt von 10 Minuten waren der Anfang. Und um diese Runde zum Beispiel habe ich 30 Minuten gebraucht, weil ich die ganze Zeit umgebracht wurde. Das soll es auch von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeig es mir mit einer Bewertung. Ich weiß nicht, wie es mit der Facecam gelaufen ist, weil ich die wieder einzeln aufgenommen habe. Und ob das Gameplay gerunkelt hat und das Shit oder ob ich es nicht geschafft habe zu synchronisieren. Egal. Haut rein. Macht's gut. Und. Ciao.